Meine Tante, sie war Kindergärtnerin und die hatte eine Gitarre und die spielte immer ein Lied, was ich total super fand mit elf und zwar Das war nicht so super. Little by little is the things I heard about Nusi, für was ist dieser Knopf? Der hier? Der ist für die Podcast-Filme zum Ein- und Ausschalten. Dann drücke ich da jetzt drauf? Genau, dann ist das Bild gleich vorbei und dann kommt ein neues Bild. Okay, wir versuchen mal, ob das klappt. Aber das ist echt witzig! Hinter was für Lieder, du steckst! Aber für Michael Jackson hast du keins geschrieben, oder? Was ist das? Birg, Birg, die zweitschönste Frau des Universums! Hier? Sog alleszig! Schade für mich, denn die dritte Körner, du steckst!